Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Was denken wir Peruaner über die argentinischen Präsidentschaftswahlen? Der derzeitige Wirtschaftsminister Sergio Massa und der libertäre Ökonom Javier Melay werden in einer zweiten Runde am 19. November um die Präsidentschaft konkurrieren. Im ersten Wahlgang erhielt Massa 36,5 Prozent der Stimmen, gefolgt von Melay mit 30,04 Prozent, während Patricia Bullrich mit 23,8 Prozent auf dem dritten Platz landete und sich aus dem Präsidentschaftswahlkampf zurückzog. Um einen zweiten Wahlgang zu vermeiden, müsste der Sieger mehr als 45 Prozent der Stimmen oder mindestens 40 Prozent mit einem Unterschied von mindestens 10 Prozentpunkten zum Zweitplatzierten erhalten haben. Massas Sieg in der ersten Runde war überraschend, da er das Amt des Wirtschaftsministers in einer Zeit inne hat, in der Argentinien mit einer Inflation von fast 140 Prozent und einer Wirtschaftskrise konfrontiert ist. Massa zieht Stimmen aus der Mittellingspartei auf sich und tritt scheinbar unbeeinträchtigt von seiner Verantwortung für die Wirtschaftsführung des Landes an. Der zukünftige Präsident wird mit einer Wirtschaft in der Krise konfrontiert sein, mit hoher Inflation, Armut und einer erheblichen Verschuldung beim Internationalen Währungsfonds, IVF. Massa hat vorgeschlagen, das Haushaltsdefizit zu reduzieren und die lokale Währung zu schützen, während Millay die Dollarisierung der Wirtschaft befürwortet und radikale Vorschläge wie die Privatisierung staatlicher Unternehmen und die Schließung der Zentralbank gemacht hat. Bei diesen Wahlen war eine Spaltung zwischen dem von Massa angeführten Peronismus und der von Millay vertretenen Opposition gegen den Peronismus zu beobachten. Patricia Bullrich, die den dritten Platz belegte, könnte im zweiten Wahlgang entscheidend sein, da ihre Wähler das Ergebnis beeinflussen können. Bullrich, der die Mitte-Rechtspartei vertritt, hat seine Stimmen gegen Massa und die Regierungspartei gerichtet, die er für ihr wirtschaftliches und politisches Management kritisiert. Massas Aufstieg ist angesichts seines pragmatischen politischen Hintergrunds überraschend, da er im Laufe seiner Karriere mehrere Regierungsämter innehatte und Mitglied verschiedener politischer Parteien war. Sein Sieg im ersten Wahlgang ist unter anderem seiner zentristischen und gemäßigten Haltung zu verdanken, die ein breites Wählerspektrum anspricht. Andererseits ist Millay ein 53-jähriger libertärer Ökonom, der mit einer radikalen und disruptiven Rede in die Politik vorgedrungen ist. Er schlägt eine Dollarwirtschaft vor und hat kontroverse Vorschläge gemacht, etwa den Kauf und Verkauf von Waffen und den Verkauf von Organen. Obwohl sein kriegerischer Stil Angst und Ablehnung hervorrufen kann, hat er bei Wählern Kontakt aufgenommen, die mit der wirtschaftlichen und politischen Situation in Argentinien unzufrieden sind. Im zweiten Wahlgang wird Massa versuchen, die zentristischen und gemäßigten Wähler anzuziehen, während Millay versuchen wird, Stimmen von der Mitte-Rechtspartei und insbesondere von den Anhängern von Patricia Bullrich zu gewinnen. Bei der Wahl werden zwei völlig unterschiedliche wirtschaftliche und politische Visionen zu einer Zeit, in der Argentinien mit einer wirtschaftlichen und sozialen Krise konfrontiert ist, konfrontiert. Die Wahl in Argentinien entwickelt sich zu einer Konfrontation zwischen zwei gegensätzlichen wirtschaftlichen und politischen Visionen. Sergio Massa, derzeitiger Wirtschaftsminister und peronistischer Kandidat, vertritt einen gemäßigteren und pragmatischeren Ansatz. Er schlägt vor, das Haushaltsdefizit zu reduzieren und das staatliche Interventionsmodell seiner Mittellinks-Koalition Union por la Patria zu verteidigen. Es ist ihm gelungen, sich von der aktuellen Wirtschaftskrise zu distanzieren und Unterstützung bei den peronistischen Wählern, zu gewinnen. Javier Millay hingegen ist ein libertärer Ökonom, der mit radikalen Vorschlägen in die Politik vorgedrungen ist. Er befürwortet die Dollarisierung der Wirtschaft, die Privatisierung staatlicher Unternehmen und eine minimale Rolle des Staates. Sein kriegerischer Stil und seine kontroversen Vorschläge haben Wähler angezogen, die mit der aktuellen Situation in Argentinien unzufrieden sind. Es stellt einen radikaleren und disruptiven wirtschaftlichen und politischen Ansatz dar. Die zweite Runde, die am 19. November stattfinden wird, wird von entscheidender Bedeutung sein, um den politischen und wirtschaftlichen Kurs Argentiniens inmitten einer tiefen Krise zu bestimmen. Massa wird versuchen, seine Position in der Mitte zu festigen und gemäßigte Wähler zu gewinnen, während Millay darum kämpfen wird, die Unterstützung der Mitte-Rechtspartei zu gewinnen und seine Unterstützung bei den Jüngsten und Unzufriedenen mit dem traditionellen politischen System aufrecht zu erhalten. Die Wahl wird ein entscheidender Moment für die Zukunft des Landes und die Art und Weise sein, wie mit der wirtschaftlichen und sozialen Krise umgegangen wird. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Crew News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.